Im heutigen Video möchte ich euch den Imbus Flow Ratschenschraubendreher vorstellen. Das ist das ideale Geschenk zum Einkauf. Wir bauen hier gerade Ikea auf. Das Schöne an dem ganzen Teil ist, hier vorne gibt es sozusagen einen Ratschmechanismus, ohne dass der laut ist. Und man kann im Prinzip jetzt hier schrauben, ohne abzusetzen. Das heißt, ich kann hier ganz schnell was reinschrauben, weil ich einen Ratschmechanismus habe. Der Mechanismus wird umgestellt, indem man hier vorne einfach das je nachdem öffnen und schließen macht. Und wenn man jetzt sagt, hey, ich brauche einen neuen Bit, dann kann man einfach hier hinten drauf drücken. Dann öffnet sich das Ganze und ihr könnt neue Bits wechseln und jetzt ebenfalls den Ratschmechanismus nutzen. Das Ganze ist hier mit echtem schönen Federmechanismus. Alles beschriftet, 12 Bits kann das Ganze halten. Dann mache ich das Ganze wieder zu und ich kann, ohne abzusetzen, ähnlich schnell wie mit einem Akkuschrauber das Ganze immer tiefer drehen, indem ich diese Handbewegung mache. Das Schöne an den ganzen Teilen ist, 10 Jahre Garantie. Es ist echt kompakt, gerade wenn man jetzt irgendwie so in das studentische Leben oder Ähnliches steigt, startet, dann hat man wirklich hier so eine gute Auswahl. Es ist ein solides Ding. Und was ich auch angenehm finde, man hat wirklich einen langen Hals. Das ist bei Konkurrenzprodukten von Viha oder Ähnliches nicht. Da ist es sehr kurz. Ich finde das hier wesentlich angenehmer, weil man da auch einfach gerade von der Handentfernung besser arbeiten kann. Und man erinnert sich auch an den guten Schraubendreher. Alles in allem wirklich solides Ding. Hier wackelt nichts oder Ähnliches. Dementsprechend kann ich das empfehlen. Link dazu mache ich euch unterhalb des Videos. Tschüss. Tschüss. Tschüss.